Heute möchte ich zeigen, wie man mit Lightroom und Backlight von DeturningGate extrem schön mit dem Kunden zusammenarbeiten kann. Starten wir einmal hier auf der Webseite backlight.deturninggate.net. Das ist eben dieses Plugin bzw. dieser Dienst, den ich vorstellen möchte. Backlight an sich ist jetzt nämlich eine sehr geniale Software, mit der man Webseiten, Webgalerien, aber auch, dass ich dann eben herzeigen möchte, die Client Response Gallery auf dem eigenen Server installieren kann. Und das alles arbeitet perfekt mit Lightroom zusammen. Bevor ich starte, gleich einmal hier, also ich gehe mal hier auf die Webseite oder auf den Link für den Store, damit man sieht, was das Ganze kostet. Also Backlight bekommt man, wie gesagt, von der Firma DeturningGate. Das ist ein Lightroom to Web Publishing. Und wenn man da jetzt nach unten scrollt, sieht man um 150 Dollar bzw. aktuell um 135 Dollar erhält man jetzt Backlight plus Pages. Backlight plus Pages ist jetzt Backlight, das ist das Backend. Und Pages ist eben der Service, damit man Seiten bauen kann. Also wenn man aus Lightroom heraus eigene Seiten, also Webseiten direkt mit Backlight erstellen möchte. Etwas, das aber sehr, sehr spannend ist und das ich wirklich sehr, sehr gerne verwende, ist jetzt hier dieses Plugin für Backlight oder dieses Add-on. Und das ist die Client Response Gallery, die jetzt noch zusätzlich 40 Dollar kostet. Das heißt also mit, ja sagen wir mal im teuersten drei Fall 150 Dollar und 40 Dollar, also knapp 200 Dollar, ist man dabei und man hat einen Dienst, mit dem man am eigenen Server mit dem Kunden Bilder teilen kann. Ja, wie funktioniert das jetzt und was kann man da machen? Also ich zeige einmal direkt her, wie jetzt das finale Produkt ausschauen kann. Das ist quasi dann mein Design. Dann gehe ich einmal hier drauf und zwar habe ich hier jetzt eine Webseite, die mir Lightroom und Backlight erstellt hat. Und ich kann hier jetzt einfach einmal durch die Bilder durchgehen. Das kann man sich natürlich alles beliebig anpassen, wie man es einfach haben möchte. Das Ganze ist natürlich auch responsive, also auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, quasi damit swipen dann. Und es geht im Wesentlichen darum, dass ich jetzt hier mit dieser Client Response Gallery sagen kann, also ich weniger, sondern der Kunde, dieses Bild gefällt mir, das heißt ich habe hier jetzt ein kleines Herzchen. Dann kann der Kunde zum Beispiel auch sagen, ja dieses Bild gefällt mir oder dieses Bild oder beispielsweise, ich nehme einfach mal irgendeines von da oben und das geht jetzt eigentlich weniger, dieses Bild, vielleicht das und das hier. Und jetzt kann man zusätzlich zum Betrachten der Fotos auch noch einen Filter einstellen. Hier sehe ich jetzt hervorgehoben, welche Bilder ich mir ausgesucht habe. Wenn ich dann hier auf dieses Icon klicke, sehe ich nur mehr wirklich eine Auswahl der Bilder, die ich eben jetzt gewählt habe. Zum Beispiel könnte man das hier jetzt wegnehmen, dann habe ich nur mehr diese Bilder hier. Und zu guter Letzt ist der Workflow für den Kunden der, dass er hier jetzt auf dieses kleine Brief-Icon klickt, hier einen Namen eingibt. Ich sage einfach Kunde, vielleicht Kunde wäre besser. Kunde at irgendwas.at, dann eine Telefonnummer, dann könnte man die Webseite eingeben. Also das kann man sich auch alles einrichten. Super Fotos, diese bitte retuschieren zum Beispiel. Also ich verwende das gern, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass sie sich einfach ihre sieben, ihre drei, was auch immer Fotos aussuchen können. Gut, das wird jetzt dann weggeschickt. Und nachdem das jetzt weggeschickt worden ist, bekomme ich jetzt wirklich ein E-Mail. Und in diesem E-Mail ist dann auch wirklich alles aufgelistet, nämlich genau die Bilder, die sich der Kunde oder in dem Fall die Kundin ausgesucht hat. Das heißt, ich öffne hier einmal dieses E-Mail, ziehe das jetzt auf den Monitor rüber. Und das ist jetzt genau das E-Mail, das ich bekomme. Also vom Kunden, hier die Kontaktadressen bzw. die Kontaktdaten, kann man auch alles einrichten, was man haben möchte. Hier im unteren Bereich sieht man jetzt die Notizen. Und das wirklich Wichtige sind dann diese Punkte hier, also die Bilder, die vom Kunden ausgewählt worden sind. Das heißt, diese Bilder kopiere ich mir jetzt. Copy and paste. Wechsle jetzt in Lightroom. So, hier. Und jetzt kann ich in Lightroom einfach sagen, okay, ich weiß, welche Bilder der Kunde aussortiert hat. Da habe ich mir schon einen eigenen Filter angelegt. Im Wesentlichen Dateiname enthält. Und da kann ich jetzt bei Copy and Paste diese Dateinamen, die mir eben der Kunde geschickt hat, einfügen. Also kein langes irgendwie das fünfte Bild von oben oder das siebte Bild von unten oder die Bildnummer so und so und dann hat man vielleicht andere Namen. Sondern man nimmt einfach wirklich die Dateinamen von der Webseite, fügt sie hier ein und diese Bilder könnte ich jetzt weiter bearbeiten. In Sammlungen werfen und einfach einen, ja, quasi die Bilder finalisieren. Das an sich ist, glaube ich, klar. Ich möchte jetzt aber einfach ganz kurz herzeigen, wie man einerseits Backlight installiert und was man dazu braucht und wie das dann aus Lightroom heraus funktioniert. Also das ist wirklich nur ein sehr, sehr schneller Überblick. Also vom Grundprinzip braucht man beim Zusatzmodul Manager das Zusatzmodul, was hier jetzt der, wo ist er? Genau, der Publisher bei Deturning Gate ist. Dieser Publisher ist hier jetzt dieser Publisher hier unten links. Und das ist alles, was ich jetzt in Lightroom brauche. Bei früheren Versionen habe ich noch ganz, ganz viel im Webmodul herumwerken müssen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt ist es wirklich nur mehr hier dieser Publisher. Das heißt, den bekommt man, wenn man Deturning Gate kauft und kann den dann hier installieren. Was muss man auf der Webseite machen? Da starte ich einmal schnell meinen Cyberduck und gehe da quasi auf meinen FTP-Client. Und hier im FTP-Client brauche ich einerseits den Ordner Galleries. Den kann man natürlich auch umbenennen, aber das ist der Standard-Ordner. Den braucht man dann auch gar nicht mehr angreifen. Hier in diesen Galleries-Ordner publiziert der Publisher die Bilder rein. Und zusätzlich braucht man den Ordner Backlight. Und hier im Backlight-Ordner ist dann das Backend von Backlight. Und das braucht man nur einmal einrichten. Ist zugegebenermaßen beim ersten Mal etwas komplexer, als man vielleicht glaubt. Aber nach, ich sage mal, ein, zwei Stunden, wenn man sich da mal reingefuchst hat, ist das auch kein Problem. Aber das ist alles. Einfach quasi das Backlight, das Backend hochladen, den Publisher hier in Lightroom installieren und das war es dann. Wie schaut das jetzt aus, dieses Backend? Also, wenn man das hier jetzt von Backlight gekauft hat, kann man hier jetzt auf das Backend gehen. In meinem Fall martindörsch.at slash Backlight. Da muss man sich natürlich anmelden, damit man da reinkommt. Und das, was man hier jetzt sieht, ist eben das Backend von Backlight. Und da kann man alles einstellen. In meinem Fall sieht man, ich habe hier Client Response Gallery. Ich habe zusätzlich das Card Plugin. Damit kann man Bilder verkaufen. Also ich kann Galerien erstellen, die ich verkaufen kann. Und eigentlich zum Einrichten, alles, was man braucht, ist hier der Designer. Und hier bei den Designer Templates, da gehe ich mal rein. Und da sieht man, dass ich hier meine Album Templates habe. Und zwar habe ich hier zwei Templates wirklich ohne der Client Response Gallery. Einmal ganz normal zum Anschauen. Dann zum Download, dass der Kunde direkt herunterladen kann. Client Response ganz normal mit Download. Und hier der Einkaufswagen, das Card mit Download only. Das heißt, ich kann mir die Bilder kaufen und gleich herunterladen. Oder die Bilder auswählen. Ich möchte Bilder für den Download kaufen oder für den Druck kaufen. Also das ist dann das andere Plugin. Jetzt geht es uns hauptsächlich um die Client Response Gallery. Und wenn ich das jetzt verändern möchte, klicke ich einfach hier auf Design und bin jetzt im Design Modus, wenn man so möchte. Und ich kann hier jetzt Text hinzufügen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, wie ich etwas einstellen kann. Das wäre jetzt hier der Fall. Ich kann hier jetzt reingehen und bei den Bildeinstellungen sagen, wie groß jetzt die Thumbnails sein sollen. Also die kleinen Vorschaubilder. Das hier. Das kann ich mir natürlich auch daneben hinlegen. Das geht nämlich dann natürlich auch live. So, und das hier nach links. Hierher. Und kann da jetzt zum Beispiel noch sagen, wie die Bilder geschärft werden sollen. Ob die Fotos heruntergeladen werden sollen. Und so weiter und so fort. In dem Fall bin ich ja in der Client Response Gallery. Und ich weiß ja jetzt gar nicht genau, was ich hier für eine Galerie ausgewählt habe. Und jetzt zeige ich her, wie man eine Galerie überhaupt erstellt. Dazu gehe ich einfach mal hier in diese Bilder rein. Nehme mir einfach eine Handvoll Fotos. Ich gehe mal hier zu den Portraits. Von da bis da her. Mit gedrückter Stift-Taste, falls ihr die nimmt, was ihr aktuell nicht macht. Jetzt passt's. Und jetzt kann ich hier beim Publisher sagen, Rechtsklick. Ich erstelle mir ein Album. Die ausgewählten Fotos sollen kommen. Das ist jetzt Hannah, der Fotograf, weil ich das ja für den Fotograf aufzeichne. Ich sage jetzt, die ausgewählten Fotos sollen eingeschlossen werden. Ich könnte mir hier Einstellungen kopieren, die ich schon zuvor irgendwo hatte. Das mache ich jetzt aber nicht. Und jetzt kann ich den Titel wählen. Das lasse ich. Dann übernimmt er nämlich den Namen von da oben. Bei der Beschreibung könnte ich was reinschreiben. Das lasse ich jetzt auch aus. Und hier beim Template kann ich jetzt sagen, was ich haben möchte. Und in meinem Fall sage ich jetzt die Client Response Gallery plus Download. Beziehungsweise nein, nehmen wir einfach die normale Client Response Gallery. Das Cover Image ist jetzt auch nicht relevant. Wie viele Bilder pro Seite das passt. Hier beim Page Content kann ich jetzt noch etwas reinschreiben. Hier bei den Features kann ich jetzt verschiedene Dinge vornehmen. Ich kann, wenn ich mit GPS arbeite, die Maps reinnehmen. Dann kann man auch reinklicken und kommt direkt auf Google Maps und weiß, wo das ist. Der untere Bereich ist jetzt einmal nicht relevant. Wichtig ist die Integration. Denn hier bei der Integration möchte ich eben die Client Response Gallery aktiv haben. Und zwar möchte ich hier in diesem Fall unmanaged. Das heißt, unmanaged, jeder kann auf die Client Response Gallery gehen und kann jetzt auch eine Response mir schicken. Wenn ich jetzt dem Kunden quasi nur für einen gewissen Kunden das machen möchte, dann kann ich das jetzt managed machen. Dann lege ich im Backend einen Kunden an mit Passwort und der kann dann nur, also wirklich nur der Kunde mit dem Passwort, kann darauf zugreifen. In meinem Fall sage ich jetzt aber unmanaged. Das heißt, jeder kann zugreifen. Natürlich möchte ich das Feedback, also das mit den Herz hier aktiv haben. Und hier gibt es verschiedene Feedback Profile, die man sich anlegen kann. Ich habe hier aktuell eine unlimitierte Auswahl oder auch die Auswahl, dass ich das Model zum Beispiel nur zwei Fotos aussuchen darf, damit das Ganze nicht überhand nimmt. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, das sind alle Fotos, ich habe die versprochen, ich retuschiere dir zwei. Dann kann sich das Model hier jetzt nur zwei Fotos aussortieren, also aussuchen, die ich dann bekomme. Also ich mache das einmal so, jetzt klicke ich auf erstellen und ich habe hier jetzt dieses Hanna, der Fotograf im Deturning Gate Publisher, diese Sammlung hier jetzt in Lightroom vorgenommen oder hier vorrätig, wenn man so möchte. Jetzt sind die Bilder aber noch nicht online. Die Bilder sind erst dann online, wenn ich hier jetzt auf veröffentlichen klicke. Und jetzt werden alle Einstellungen, die ich bei Deturning Gate im Backlight gemacht habe, hier übernommen. Ich habe hier gesagt, kein Download, das heißt, es werden jetzt keine hochauflösenden Bilder für den Download mitgeschickt. Das ist einmal gut. Die Größe und die ganzen Dateieigenschaften, die werden jetzt vom Backend übernommen und werden jetzt rausgerechnet. Und das macht jetzt einfach Lightroom eben mit dem Turning Gate Publisher automatisch. Da brauche ich jetzt gar nichts mehr machen. Ich wechsle jetzt einfach schnell in den Safari. Das ist noch die alte Galerie, die neue kommt, aber gleich. Und ich zeige dir einfach die Einstellungen hier. Also ich kann hier jetzt eben die Thumbnail-Größe bestimmen, wie groß die Bilder sind, wenn man draufklickt. Also jetzt hier diese Vorschau oder diese Größe, ob sie geschärft werden sollen und wie. Ob sie heruntergeladen werden sollen oder können oder nicht. In diesem Fall Use Photo Rendition heißt, dass sie nur mit der Größe von 960 Pixel, wie ich es hier eingestellt habe, heruntergeladen werden können. Weil man kann ja da immer einen Rechtsklick drauf machen. Ich könnte aber, wenn ich sie quasi herunterladen will, also groß, kann ich das hier einstellen. Das möchte ich aber nicht. Dann bei den Metadaten. Das ist auch spannend. Wenn man hier jetzt auf dieses kleine Icon klickt, habe ich ja da verschiedene Einstellungen und Möglichkeiten, die ich vornehmen kann. Und das kann ich auch hier wieder einstellen. Gut, jetzt sieht man, Lightroom hat das veröffentlicht. Und das, da kann ich jetzt das wirklich zumachen, ist jetzt die Auswahl oder ist jetzt vielmehr die Variante, wie das jetzt herausgerechnet worden ist. Das heißt, ich habe hier jetzt meine ganzen Bilder entsprechend da. Das ist eigentlich sehr, sehr cool, weil da brauche ich nichts mehr machen. Den Link kann ich jetzt direkt weiterschicken. In meinem Fall sehe ich, dass ich hier noch vom, quasi bevor ein Update gekommen ist, hier noch die Auflistung hatte. Die ist jetzt hier reingewandert. Das heißt, diese Auflistung kann ich weggeben bei diesem Template. Und das sieht man hier jetzt oben bei Album Copy. Das heißt, das nehme ich einfach und schneide das einfach mal aus. Drücke hier jetzt auf Speichern. Das heißt, diese Einstellung wird gespeichert. Und wenn ich da jetzt meine Client Response Gallery aktualisiere, sind auch jetzt wirklich diese Informationen weg. Die brauche ich ja nicht mehr, weil ich ja hier diese Gallery Help jetzt habe. Also sehr praktisch. Ja, und den Link hier kann ich jetzt eben dem Model schicken. Man kann sagen, hey, such dir zwei Fotos aus. Dann sagt ihr zum Beispiel, ja, das gefällt mir. Und das gefällt mir. Und das möchte ich auch haben. Das war jetzt aber das dritte. Und da sieht man, das kann ich nicht nehmen. Also da, wenn man das zumacht, sieht man dann auch den Link. Ich habe also das Maximum von zwei Fotos überschritten. Das heißt, dieses Bild kann sich nicht mehr auswählen. Zuvor eines weg. Und jetzt kann sie das Bild nehmen. Und wenn sie fertig ist, schickt sie mir dann das Bild hier entsprechend per E-Mail. Und ich kann diese Fotos dann bearbeiten. Also das war ein sehr, sehr schneller Überblick über das Technische. Ich würde jedem einmal empfehlen, dass sich das anschaut. Was nämlich sehr, sehr spannend an dem ganzen Ding ist, ist folgendes. Wenn ich wieder in Lightroom gehe und da jetzt draufkomme, ja, ich möchte ja eigentlich bei diesem Foto eine Schwarz-Weiß-Variante oder überhaupt ein Schwarz-Weiß-Bild haben, dann kann ich jetzt dieses Bild ja mit V Schwarz-Weiß machen. Zack. Ich habe hier noch einen Bildlook drüber. Darum ist es so bläulich. Und jetzt sieht man, hey, das Bild hat sich ja verändert. Also der Turning-Gate-Publisher checkt, dass dieses Bild jetzt anders ist als zuvor. Und ich kann das einfach wieder erneut veröffentlichen. Und das heißt, ich kann sehr schnell Bilder rausladen. Wir haben ja zur Voransicht. Dann einfach das Bild aktualisieren. Jetzt sieht man, die Seite wird geladen. Hier ist das aktualisierte Bild auf der Webseite. Und das passt so. Wenn ich draufkomme, ich will aber die normale Variante und die Schwarz-Weiß-Variante, mache ich das einfach mal rückgängig. Kommand Z. Und ein zweites Mal Kommand Z. Das heißt, dieses Bild ist jetzt nicht mehr Schwarz-Weiß. Aber ich mache mir eine virtuelle Kopie, also Kommand T. Und mache die virtuelle Kopie Schwarz-Weiß. Zack, das ist diese. Und außerdem möchte ich dieses Bild nicht veröffentlicht haben. Also lösche ich das einfach. Das heißt, jetzt sieht man, ein Bild wird neu hochgeladen. Ein Bild wird entfernt. Und ein anderes Bild wird aktualisiert. Ich klicke also wiederum auf den Veröffentlichen-Button. Und die Bilder werden jetzt von Lightroom wieder veröffentlicht. Werden jetzt wieder in meine Galerie rausgespielt. Und damit habe ich eigentlich schon wieder alles erledigt. Das heißt, kein langes irgendwie runterlöschen auf der Webseite, weggeben und aktualisieren und sonst irgendwas. Einfach nur hier mit Lightroom rausrechnen. Das Ganze hier vielleicht einmal aktualisieren. Und man sieht, wie hier die Fotos entsprechend vorhanden sind. Backlight ist wirklich ein Tool, das ich in meinem Lightroom-Alltag nicht mehr vermissen möchte. Einmögen